ich würde mir wünschen wenn du bei mir auf die pflanze kommst nein ich habe auch noch ein feld ich bin ganz herzlich bei dir nicht du bist selbstverständlich du weißt ja wiedersehen macht freude ne ne finde ich aber nicht alle gegen dich ne doch nicht so komisch ab und so ne kippelig geram äh ok die geram freiräumen was soll da laufen ja ja sag ja die geram freiräumen ähm du 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 te Ja, du schon. das scheint deine welt zu sein keine ahnung ja ich glaube dass ich da drauf das ist doch voll kacke du kannst nicht so schnell gucken wie der dritte war es war es der wirklich wäre glaube ich gewesen das geht zu schnell oder ich meine es war wirklich der dritte schade dass man das denn nicht sieht wenn das dann war grün noch nicht ich glaube wir hatten die grünen schon mal keine ahnung denn ist das doch bitte da war das doch noch eine glück frech die passiert nichts ja brauchst echt was wie münzen das aber was funktioniert ja genau auch wie das auch so eine erdbeer pflanze ist ne ja der hat keine erdbeer hinbrechen geworfen doch der sagt immer der will einen erdbeer strauch pflanzen ja ja kriegst du mal so schatz da auch ja komm wieder ich weiß gar nicht was reise nach tot city ist war das mit zum post oder draußen nö auf mich zu blockieren auf mich zu blockieren ich blockiere dich nicht oder kriegst du leck vor allem die verliert das da hinten dann schwimmt sie zu der anderen richtung hin ja ja ich habe dich nicht blockiert du spuhl da unten hast du mich blockiert nein habe ich nicht geil 13 stück ich habe dich einfach nur zur seite geschoben ja so nennt man das zur seite schieben heißt aber nicht sagen nein ich habe dich nicht blockiert ich habe dich nur zur seite geschoben ich wollte nur dass du deine kiste verlierst naja du bist mir ein schlabiner Lido hast du schule ein glück so entspackene leute ja werde ich aber nicht immer haben weißt du nicht zum zufall ach ja ach ja oh no dann kriegst du gleich bose ja da habe ich auch grad schon gedacht so gleich oh ein einzelspiel tanz dem limbo ach ich tanz dem limbo war so mies fand ich aber ganz klar ich hatte dieses seilspringen ja ging das ach so kann man ja nicht gucken oder hast du gedrückt A drücken dann hüpfte nach vorne weiter und dann musst du warten dass du ein bisschen hoch gehst achja dass man nicht so tief kommt ja sie fällt glück bis runter oder na hängen wir nicht ne nein nein die hat einen guten abstand da drin ne merkst du dass der kopf immer ein bisschen höher geht soll das jetzt ja das ist ja natürlich mies nö das kannst du dir auch nie absehen ja druck ach ich muss drucken ooooo nö 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 wenn ich jetzt grün nehme uns nö nö du kannst du trotzdem noch mal euer warte ich dich jetzt wenn ich jetzt ballse ab hasse ich dich spiel Fr 12 START km smell je marCER na wie nö Nee. Doch! Ach ja. Jetzt kriegt er, dass die Kinder auch noch entstehen. Sicher. Sicher. Das ist ein schönes Feld für dich. Nö. Nö. Münzblatt. Blitz. 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 Thunder. Thunder. Hä? Thunder. Hä? Thunder, du hast doch schon mal blitzen. Ah, du bist zu leid, hier wieder. Oh, du bist nicht nur zu spacken. Ja, 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 ja. Das ist so eine Erfehle bei dir. Ach ja. Stimmt ja, da war jetzt. Alter, was war dir denn los? Hast du gesehen, wie viel da kam? Ja. Da kam mal ne Menge eben raus. Aber diese Bugs eben, ne? Ja, gut. Ein Stück. Da war auch nicht viel mehr. Eine mehr als du. Ja.